Mittwoch, der 13. März 2024. Damit herzlich willkommen zu jedem Tag ein Ü-Ei. Heute öffnen wir ein Kinder-Joy-Ei und ich bin gespannt, was da enthalten sein wird. Freut euch also auf das Kinder-Joy-Ei des Tages. Untertitelung. BR 2018 Musik Den Inhalt der DC-Fango-Serie hatte ich auch noch nicht im Ei. Gehört zur Spielzeug-Serie der DC-Fango-Figuren. Also wie gesagt, auch für mich wieder mal ein ganz, ganz neuer Inhalt. Seid doch morgen wieder mit dabei. Bei jedem Tag ein Ü-Ei. Lasst einen Daumen nach oben und natürlich auch ein Abo da. Wir sehen uns dann natürlich morgen hier wieder bei jedem Tag ein Ü-Ei bei unser Sammler-Team zum Weltrekordversuch. Bis dahin. Alles, alles Liebe. Euer Stefan von unser Sammler-Team. Macht's gut, ihr Lieben. Bis morgen. Dann findet ihr. Alles, alles.